Oh, ist ein Katzi! Oh, ist ein Katzi! Oh, ein Liga! Feuerio! Zusammen herzlich willkommen zur nächsten Folge von... 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 Miri looten wir alles weg. Sky Saga! Oh, hier ist eine große Truhe. Sky Landing und Crash Saga. Wo? Was ist da drin? Frost-Stahlplatte. Ich auch, ich auch, ich auch. Ich auch. Geh weg, ich auch. Mach zu, ich auch. Oh, da ist Geld viel drin. Weil dir auch viel Geld drin gewesen ist? Ja, ich glaub. Yes! Yes! Jetzt bin ich ein reicher Mann. Vielleicht ich das noch abbauen? Ja, also, wir brauchen ein besseres Werkzeug. Münzen, Geld macht es. Ich weiß nicht, ob das so sehr toll ist, diese Dinger alle abzubauen. Wahrscheinlich nicht. Das Eisen. Wenn das so oft verbaut ist hier. Dann gehen wir weiter. Ja, wir gucken mal, was wir noch so finden. Jupp. Jupp, 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 Jupp. Ist das hier auch eine Truhe? Eine kleine Truhe! Ja, das ist auch eine Truhe. Aha, 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 aha. Ich habe keine Ahnung, was man davon brauchen kann und was nicht. Ich nehme aber alles mit. Da waren auf jeden Fall 150 Geld drin, also. So schlecht ist das nicht. Ja, bist du schon fertig mit der Kiste? Ja, ja. Ja, ich drücke immer alles neben. Und dann war jetzt nicht so mega Schraubenwahn drin. Bei mir ist es noch Holz. Du hast dein Inventar nicht wirklich leer gemacht, oder? Ist das alles von hier? Ja, schon. Okay. Na gut. Gehen wir tiefer. Komm. Komm, mits, mits. Ja. Mits, 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 mits. Oh, wir sind schon durch. Oh, wir sind schon durch. Was? Und keine Monster, weil diese anderen Typen vor uns dann da waren. Mann, oh. Voll doof. Ding, ding. Aber ich nehme noch. Oh nein, ich wollte nicht die Lampe abreißen. Entschuldigung. Entschuldigung, wer immer hier auch nochmal hinkommt. Entschuldigung. War nicht so gemein. Wir nur Geld haben. Und eine dicke, fette... Oh, da ist eine große Schmiedtruhe. Das ist noch ein bisschen was Besseres. Da ist eine neue Welt drin. Ja. Ja. Er erreichte Rang 3, um diesen Gegenstand zu verwenden. Komm, mach fertig. Bei dir auch ein neues Portalding. Du, kleine Truhe, gefällig. Mama, fertig. Alles genommen. Was das? Absturzstelle, Besitzerurkunde. Was? Was? Änder sie den Namen deiner Heimat. Wandteppich. Wieso hast du so cooles Zeug gefunden? Ein Wandteppich kann ich jetzt machen. Dafür habe ich keine neue Welt. Ja und, aber die neue Welt kann ich erst wieder mit der Betrei benutzen. Oh nein, jetzt kann ich eins nach nicht nehmen, warte ich. Kannst mir gerne die Rezepte geben. Dann kannst du die Rezepte einfach lernen und danach getrunken. Ja, ja eben. Los, lernen. Los, lernen. Sei artig. Mach was. Das ist ja gar nicht wie ein... Das komponiert gar nicht mit dem Minecraft. Wie ganz? Du hast das ein Rezept nicht ausgerüstet. Doch natürlich, da rechts siehst du es nicht. Du hast das andere, aber... Hä? So jetzt? Sehr seltsam. Und gelernt. Den kannst du nur auf deine Heimatinsel anwenden. Hast du alles? Ja. Dann, wenn du jetzt eh durchgehst, landest du eh auf deiner Heimatinsel. Yeah. Haben wir eigentlich irgendeine Quest geschafft? Warte, ich wollte mal gucken. Besiegel 15 Gegner, Besiegel 10 Banditen. Fast, fast. Das nicht, findest du herzenlich gefunden. Waldabenteuer abschließen. Okay, das machen wir als nächstes. Dann suchen wir uns noch mal ein Waldabenteuer. Aber ich kenne, wir können ja ein mittleres herstellen. Wir müssen ja gar nicht mehr die einfachen machen. Ja. Haben wir ja gelernt. Oh, welches Bild? Das ist schön dunkel. Die sind beide nicht so super. Ich nehme das, weil da ein Tier drauf ist. Oh, da ist ein Monster drauf. Den nehme ich. Okay, dann nehme ich das nicht. Okay. Und jetzt? Der steht ja wieder. Oh, du warst ganz toll. Okay, danke. Deine Heimatinsel hat bereits... Okay, das hat bestimmt irgendeinen Sinn. Ich weiß ihn nur noch. Das, das, diese Schriftwolle, ne? Vielleicht finde ich die auch ein bisschen seltsam. Dann komme ich mal zu dir. Wenn du willst. Ja. Du bist immer hier willkommen. Nein, warte. Ja, Schluck auf. Gesundheit. Oh, ähm, das... Ähm... Wir könnten nochmal das Dunkeln machen. Stimmt. Ich habe den ja auch. Aber wir machen vielleicht erstmal einen grünen mittleren. Ja. Und das andere Dunkeln kann ich... Können wir ja eh nicht machen, weil... Ist außerhalb unserer... Unseres Kill-Bereichs. Ja, Miriam... Ja, das ist ja... Deswegen kann ich sie leider nicht mitnehmen. Du musst auch Level 3, glaube ich, hereinnehmen. Guck mal, dafür habe ich bei Level 1 mehr als du. Äh, bei Level 1. Beim Grün mehr als du. Bei Level... So, ich gucke mal eben, wie das jetzt ist. Wo sind meine Sachen hier? Mittlerer Schlüsselstein. Neun Fragmente brauche ich. Okay. Das rüber, das. Bei uns einen, ne? Ja, ich wollte mir ein besseres Schwert bauen. Ja, ja, mach ruhig. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber... Und mach diesmal schön dein Inventar leer. Habe ich doch schon beim letzten Mal. Ich habe nur mehr gesammelt als du. Ach, jetzt sammle ich also auch noch schlechter als du. Danke. Weißt du? Du kannst auch hierbleiben. Ciao. So, aufgeräumt. Wie mache ich ein Schwert? Ach, du willst was bauen? Deine Truhe ist voll, ja. Schön, ich wollte den Ambers verwenden. Hier, wo? Ich muss einfach noch ein bisschen ausmisten hier, damit ich ein bisschen Platz habe. Waldstab und Metallblatte. Äh, falsch. Das habe ich doch noch, oder? Erdholz da. Jetzt stell doch die Facke an eine Wand. Ein alten Blatt. Ist ja Schnee überall. Geht das jetzt? Ja. Jetzt hast du das echt schon alles fertig? Das ist Unkraut in meiner Höhle, ne? Die ist Unkraut. Furchtbar. Furchtbar. Oh nein, das geht gar nicht. Oh nein. Dann stell dir das mal eine schöne aufgeräumte Höhle bekommt. Nur und... Oh nein, jetzt habe ich den Schnee auch noch rausgebaut. Ach nein, nein, nein. Nein, das sieht hier vielleicht aus. Und dann die andere Kiste legen. Dann kann ich die Kisten ja nicht so anders. Gibt es mir gut? Äh, kannst du sie denn abbauen? Also ich habe ein bisschen Probleme damit, Sachen abzubauen. Ich weiß nicht, wenn ich sie leer gemacht habe, kann ich sie mitbauen. Du bist ja noch keine Kiste abgebaut. actually, ich habe es ja abgebaut. Ach, okay. Keine Ahnung, was du da jetzt hast, aber... Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Hast du was gesagt? So, Dobi? Einfach über die andere. So, wir stellen jetzt hier in unseren unteren Bereich, machen wir jetzt mal hier. Den Scheiß noch wegräumen. Nein, nicht. Die Fackel weg. Oh, mein Schwert ist fertig. Schönen Glückwunsch! Nein, ich habe einen... Warum ist denn jetzt zwei Fackeln übereinander? Oh, und ich baue natürlich die untere ab. Natürlich, ist logisch. Die wollte ich weghaben. So. Dann nehme ich den Stein mit. Schick aus hier. Sieht schon mal ein bisschen aufgeräumter aus. So wie bei mir riecht. Wie hoch die Höhle einfach ist. Oh, wir haben... Guck mal, wir haben ein Schlangenmuster. Das sind die... Ja, ja, sieht trotzdem cool aus. Bist du bereit? Ja. Guck mit meinem Schild. Ich habe leider kein Schild. Dafür habe ich... Eine Fackel. Guck mal, guck mal, was jetzt passiert. Tschüss. Tschüss. Komm nicht rein. In der Zeit kann ich was trinken. Du tränkst was? Natürlich. Ich habe ja nicht zu trinken. Ich habe es... Oh, willst du was? Was von mir haben? Ja. Hier, ich bin immer so frei. Welches Foto ist cooler? Ladebalken oder Ladebalken? Warum bei dir funktioniert es immer? Bei mir nie. Ja, bei mir funktioniert das super. So. Wow. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ein Hügel. Warte auf mich. Nicht bewegen, bis ich da bin. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Von wegen. Nicht bewegen, ne? Bis da. Loh, 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 Loh. Da hinten am Horizont. Kann man so weit schwimmen? Ich befürchte, das wird man vorher nicht überleben. Hallo, wer bist du denn? King Brendol. King Brendol. Du hast da was liegen lassen. Da, dein Lut. King Brendol. Wo gehen wir hin? Weiß ich noch nicht. Das ist nicht ein Modell. Wo denn geht das sieht man aus. Ja, heute hat sie. Oh, du hast ein KZ. Oh, du hast ein KZ. Ein Liga. Ein Liga. Ein Liga-Politiker. Kommt mir leidlich. Oh, Mann. Warum hast du so angegriffen? Ich will immer über diese Einzige Blöcke. Ja, ich bringe auch die ganze Zeit drüber. Oh, nee. Ich lasse mal auch mal in Ruhe. Ich gehe mal hier unten in die Höhle. Ob hier irgendwas ist. Aber hier sieht es aus, dass es noch einfach mal. Das ist jetzt wieder andersfarbig, es ist jetzt eine neue Sorte. Ein Stein. Was bist du? Ich gehe mit dem Eisenerz. Warum sieht das alles gleich? Also, nein, ich glaube, das ist jetzt nicht stimmt. Da habe ich irgendwie gerade nicht so ein Problem zu. Du etwa? Ja. Das ist toll, ne? Das ist voll der chillige Job hier. Bist du denn schon in den grünen Level 2? Da müssen wir mal irgendwie zur... Ach nein, wir müssen in der Quest machen. Lass uns mal ein paar Monster töten. Ja, hört sich gut an. Das ist unsere Quest hier. Oh nein, es wird Nacht. Oh, da ist was. Da ist was. Komm her, komm her, ich rette dich. Was ist das? Schon tot, keine Sorge. Ich habe es tot gemacht. Kein langweilig. Das war ein Tier. Ja, das war ein Wolf. Ah, ein Katzi. Lass mich nicht erleiden, jetzt ist es unheimlich. Ja, was? Das war ein Wolf. Das ist nur ein Huhn. Ich glaube, warum ein Huhn zu? Warum denn? Und da ist einer. Wer, wer? Schnell angreift den Braunder Wolf. Katzi. Katzi tot. Kann er nicht fallen lassen, oder hast du schon eingestellt? Nein, der hatte ein Horn fallen lassen. Wie ein Horn. Das ist ein Wolf. Das war bestimmt ein Zahn. Ja, mein ich ja. Und da ist auch ein Katzi. Ich bin in Wasser. Komm her, raus. Komm. Komm, man kann doch springen. Guck, du schwimmst doch. Aber ich kann nicht kämpfen im Wasser. Dann guck aus, du bist ein Wolf. Du bist auch so böse Wolf. Da ist Leder. Aber ich habe ihn ja auch getrunken. Oh, es wird... Was bist du denn? Nicht die... Ein Skelett greift Wolf an. Du böses Skelett. Mann, aber Wolf. Storben. Größtes Skelett. Und dann... Gehen wir weiter. Ja, wir suchen einfach mal. Wenn hier schon Skelett rumrennen, ne? Oh, hallo. Ein Hauptmann. Okay. Stirb. Ich muss mich angreifen, ich glaube nicht. Was sieht ich denn? Warum gucke ich das? Hinter dir! Was schlägt mich denn? Hinter dir war noch einer. Was ist das da? Miri, guck mal. Eine Qualle. Huh. Nein, eine Schießeblume. Hallo, böse Schießeblume. Au. Der hat mich weggeschubst. Ich auch. Siegt. Okay. Was war das? Vorsicht, hinter dir ist ein Retter. Was? Was ist denn hier los? Warum kommen die ganzen her? Ist doch keine... Oh doch, da ist eine Burg. Und ein Eingang. Was ist denn das? Ich will da nicht hin. Hast du das schon gesehen? Das ist ein Bär. Oh, ein Bär. Hallo. Oh, der schallt mich an. Der steht auf seinen Hintergrund. Vor der Vorne. Wir sterben, böser Bär. Ah. Okay. Da ist eine Knappe. Na klar. Dann haben wir... Gehen wir erst hier rein. Und dann haben wir zwei Eingänge. Ich weiß noch nicht so, welcher der richtige ist. Gehen wir erst mal. Oh ja, der Eingang ist super. Ja. Ich dachte gerade, wo willst du denn reingehen? Ich will da nicht. Hallo, Ritter. Ich habe schon ein Leben verloren. Wie ein Leben. Ja. Guck mal, wie viel Leben du hast. Wir hatten ja noch gar keine Richtung. Der Ritter hat... Ritterfleisch fallen lassen. Iiii. Iiii. Oh, da ist... Hier sind zwei Tun. Das sind Kisten. Hey, stehst du mal nicht davor? Alles nimm. Darf ich vielleicht auch eine... Miri! Alles nimm. Alles nimm. Alles nimm. Voll gemein. Ich habe fucking genug. Lucha? Fucking kann man nicht genug haben. Ey, du. Das sind zwei Ritter. Oh, andade. Diese miesen, grinsen Typen. Eigentlich müsste ich jetzt mal gucken, unsere Que... Hallo? Was heißt denn, hier eine Ritter... Unterirdische Ritterburg, oder was? Dachte man... Ritterfleisch. Voll eklig. Ritterfleisch. Huuu. Oh nein, ist das ein Labyrinth. Oh, ein starker Ritter ist das hier. Aufgespielt. Ritter. Oh, ich schreie hoch, voll mies. Man macht ja auch eh Schaden, wenn die in der Enge sind. Ha, Entschuldigung. Was ist hier unten runter? Nix. Oh, da muss ja hier irgendwas... Ritterfleisch. Irgendwas cooles muss hier ja wohl noch sein. Oh, hier geht's weiter. Guck mal, können wir nicht so eine Lampe mitnehmen? Klar kannst du so eine Lampe. Ich würde dich gern zu Hause. Nein, da kommen nur beiden raus. Mist, da kann man die irgendwann selber bauen. Oh, man. Clear. Clear, clear, clear. Oh, da ist eine Kiste rechts von uns gewesen. Boah. Ich geh mal die Kiste los. Was? Was machst du denn? Du kannst mich doch nicht in der Frau mit den Typen allein lassen. Nee. Nee. Oh, Ritterfleisch. Ritterfleisch. Nom, nom, nom. Jetzt geh ich aber die Kiste los. Hallo, Kiste. Wieso kann ich... Ja, dann lute mal die Kiste. Boah, 625 Geld. Oh, hallo. Blöd, Mann. Du kannst dich ärgern, oder was los mit dir? Hier die Kiste. Wolltest du die Kiste nicht auch looten? Ja. Man muss sich jemanden direkt davor stellen. Das ist ein bisschen so spotsam. Nicht weinen, alles Gutes. So. Okay, nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Ja. Gehen wir mal weiter. Boah, hier ist eine Kiste. Hallo. Was ist eine Kiste? Komischer Edelstand, irgendwie. Man müsste ja eigentlich irgendwie noch ein paar coole Dantik in den Kisten. Wie in den Kisten. Hier geht's nicht so weiter. Klatsch. Ne. Sind wir hier am Ende angekommen? Voll doof. Ja, aber dann hätte es ja ein Ende gegeben. Geht die Kiste eigentlich irgendwann wieder zu? Ist das wohl nicht... Die Sackgasse. Nicht der richtige Dungeon gewesen. Hallo Herr Ritter. Aber, 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 aber. Es ist schon wieder soweit. Boah, der wie ausgewichen ist. Voll gut. Wir haben schon wieder eine Viertelstunde oben. Das heißt, die Folge ist oben. Kann man was essen, um Sachen zu regenerieren? Stimmt. Huuuua, tschöpau. Wie die alle re-spaulin den Blöden. Ja, kann man. Kann man? Aber ich hab nicht regeneriert. Wie? Kommst du? Ich will dich nicht aus den Augen verlieren. Ich muss ein Lagerfeuer bauen, mich ausruhen. Okay. Ich will wieder ins Köln probieren. Huuuuh. 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 Ich glaube, sie kann das. Ich mach einfach drei alleine fertig. Huuuuh. Hä? Du meinst jetzt nicht ganz eigentlich in der Stadt. Und ich bin für mich und ich mach drei alleine fertig. Und so gut. So gut. Der mächtige Malou, ich denk zu. Hallo? Oh, kommst du auch endlich, wenn alles fertig ist, ne? Das ist so typisch. Ich wollte eigentlich die Folge beenden. Ohoho, ja. Oh yes. Okay. Äh. Diese Folge oder nächste Folge? Kann ich ein Lagerfeuer bauen? Wir sollen ein Lagerfeuer bauen, da können wir uns wieder regenerieren. Okay. Leute, das war's wieder heutige Folge. Wir hoffen, euch hat das ganze gefallen. Schaut bei Miri vorbei. Und wir sehen. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.